Ja, holl Drio und da sind wir wieder bei einer weiteren Folge. Hier brennt noch unser Groud durch, da müssen wir jetzt noch eben schnell einen Tank bauen. Quasi wie der Controller, bloß jetzt mit einer Glasscheibe in der Mitte, die ich jetzt auf Anhieb nicht so habe. Hier hat man auch noch Sand. Ach Mensch, da muss ich jetzt noch kurz warten, bis das durchgebrannt ist. Also, dass wir die Smeltung nicht fertig kriegen. Da müssen wir uns natürlich Lava besorgen, weil die Smeltung braucht Lava zum Brennen. Dafür könnten wir uns bauen. Lass uns überlegen, am besten noch mehr Glas brennen als dieses eine. Ach ja, wir haben ja hier noch Sand dran. So, legen wir die erstmal da rein. Dann brauchen wir erstmal das eine Glas für den Tank. So, legen wir da rein und dann haben wir den Tank dafür. Dann aus dem Rest können wir dann quasi Blöcke machen. Das sollte es dann gewesen sein. Mit sechs kommen wir wahrscheinlich auch noch nicht ganz durch. So, dann brauche ich mal ein bisschen Sand, äh Glas. Ich glaube vier und einen Kupfer haben wir. Jetzt weiß ich nicht, ob das Kupfer außenrum ist und das Glas in die Mitte oder umgekehrt. Auf jeden Fall möchten wir uns jetzt einen Portable Tank bauen. Wo ich jetzt das Rezept mit Sicherheit falsch habe, oder? Nein, wir haben einen Portable Tank. Juhu. Super. Und einen Eimer müssten wir ja rein theoretisch noch haben. Da ist er. Obwohl Wasser drin ist. Das müssen wir dann noch auskippen. Und dann müssen wir mal unser Metall ein bisschen aufräumen hier. Weil, äh, es wird langsam zu viel. Marble, Gravel, Diorite, Sunstone, das Buch meinetwegen. Wohl Flint und Buch packen wir in die andere Kiste. So, noch ein Buch. Das wollen wir mal ein bisschen Luft hier reinkriegen. So, packen wir das mal da rein. Das da, da. So, und dann haben wir ja nur noch Werkzeuge. Ein paar Sticks. Dann packen wir mal die Werkzeuge mal weg. Die paar Sticks können wir eigentlich auch erstmal wegpacken. Den werden wir jetzt mal leer machen. Weil da muss ja gleich Lava rein. Kippen wir einfach hier aus. Gut, Tank. Und das brauchen wir gleich. Bauen wir erstmal die Smeltory fertig. Oh. Das war jetzt ganz geschickt. So. Dann müssen wir nochmal in unsere Mine. Wir müssen dann ein bisschen Lava holen. Und dass die Smeltory zumindest mal in Betrieb kommt. Dann haben wir auch gar nicht lange dafür gebraucht. Nur drei Folgen oder so. Eins, zwei. Eins, zwei, drei. So, dann packen wir nämlich jetzt hier den Tank rein. Und schon ist die Smeltory im Prinzip fertig. Jetzt hat die im Moment nur drei Slots. Das sind halt diese drei Felder. Weil wir jetzt noch nicht in die Höhe gebaut haben. Wenn wir jetzt noch die restlichen Brixe drauf machen. Dann haben wir halt dreimal drei. Das sind dann neun. Das ist okay. Das sollte lang, um halt ein paar Sachen zu machen. So. Der Tank muss natürlich gefüllt werden. Und dafür holen wir jetzt Lava. So. Ich habe ja jetzt hier unseren Portable Tank. Wir haben unseren Eimer. Wir sind nicht ganz satt. Und wir sollten die Spitzhacke vielleicht nochmal aufladen. Und dann ist auch schon so gut wie vorbei hier. Brot hatten wir hier. Nehmen wir nochmal eben so eins, zwei. Eins noch auf Reserve mit. Dann einmal an den Rucksack. Da müssen wir eben mal hier das so machen. Und das so. Und dann brauchen wir glaube ich nur mit der Hand drauf gehen. Dann wird es aufgeladen. Jawohl. So. Spitzhacke fertig aufgeladen. Das Ding ist leer. Das brauchen wir dann jetzt erst wieder, wenn wir wieder Strom haben. Naja, ist halt so. Gut. Dann machen wir uns mal auf den Weg zur Mine. Ich weiß jetzt gar nicht, wir haben uns den Weg nicht markiert. Ich setze mal ein paar Fackeln. Dass wir den Weg auch immer wieder finden. Mäh. Ja. Da kannst du mähn. Mähn. So. Ich weiß, wir sind in die Richtung gelaufen. Bis dann irgendwann die Nische kam. Da hinterm Baum irgendwie. Hier runter. Und dann sind wir gleich an der Mine. Da ist es doch. Genau. So. Nehmen wir mal unser Schwertchen in der Hand. So. Hier hatten wir nur angedeutet. Hier waren wir weiter runter. Da war die Wasserhöhle. Hier hatten wir auch noch nicht ganz durch. Und hier unten war dann halt schon Lava. Hier konnten wir die Lava sehen. Aber da waren wir noch zu hoch. Jetzt sehe ich, dass da auch irgendwo Lava ist. Aber ich weiß gar nicht, ob wir da schon waren. Ach, da ist auch noch irgendwo Lava. Hier oben. Ne. Da geht es noch irgendwie weiter. Ne. Ich höre es auf alle Fälle. Also ich höre die Lava. Also buddeln wir uns jetzt einfach mal. Ah. Hat es schwierig anzusehen. Ich grabe einfach mal in die Richtung hier. So. Ich höre sie. Aber ich weiß bloß nicht, auf welcher Höhe das ist. Das ist total dämlich. Also man hört sie ganz deutlich. Scheint mehr oben zu sein. Man sieht es ja da auch. Ach, Mensch. Ich höre sie hier. Ich höre sie hier. Aber wo genau sie jetzt ist. Gut. Dann machen wir das auch anders. Dann gehen wir doch lieber in den Dings runter. Hier war unser Treppenhaus. Das müssten wir jetzt natürlich dann weiter runter bauen. Weil hier war noch sehr hoch. Ich schleiche mal ran. Da sind ja noch mal locker 20 Blöcke runter. Ich mache jetzt mal einen Einergang hier weiter. Weil sonst ist die Spitzhacke kaputt, bevor wir überhaupt unten sind. Das ist immer blöd, wenn man sie zwar sieht, aber nicht auf Anhieb findet. Was haben wir denn hier Feines? Silber. Ich wollte dann nur ein bisschen Lava holen. Aber ihr seht schon, man gönnt uns das nicht auf Anhieb. Ich höre schon wieder Lava. Um uns rum, überall. Da ist irgendwie ein Loch. Ach nee, das ist kein Lava. Das ist Öl. Öl. Dann haben wir da auch kein Lava, sondern Öl gehört. Natürlich auch doof. So, das Öl möchte ich jetzt eigentlich jetzt nicht hier wegbauen oder so. Weil das werden wir noch auf alle Fälle brauchen. Da ist ja auch noch irgendwo Lava. Aber hier jetzt ganz runter bauen ist auch kacke. Wo fängt denn da der Wasserfall an? Da unten erst. So, da kommen dann mal, brauchen wir jetzt hier einen kleinen Abgang. So, ist mir jetzt egal. Nur, dass wir erstmal runter kommen. Toll. Hier, ich habe auch schon wieder geblubber. Das kann natürlich auch wieder dieses Öl sein. Wollen wir keine Lava sehen. Dann bauen wir uns mal hier halt runter. Was soll's. Da haben wir Öl gefunden. Wieso hört sich das Öl wie Lava an? Das ist aber sehr verwirrend. Für mich zumindest. Das ist nicht nett. So, das Öl werden wir natürlich noch brauchen. Da müssen wir dann später wieder Raketentreibstoff draus machen. Da läuft's schon aus. Super. Die Frage ist, das wird ja hoffentlich nicht brennen. Kann ich an dem runter tauchen und wieder hoch tauchen? Wenn da unten nicht ein Creeper wäre. Obwohl, der würde verbrennen, wenn er zu uns kommt. Ich probiere das einfach mal aus hier. Ob das geht. Oh. Man kann da nicht wirklich dran hochschwimmen. Auf jeden Fall habe ich Schaden bekommen. Was mich nicht sehr freut. So. Gut. Auf jeden Fall haben wir hier Lava. Das heißt, wir tanken. Ich stelle hier unseren Tank hin. Am besten so. Und dann schöpfen wir mal ein bisschen Lava ab. So. So. Meinetwegen auch noch ein bisschen weiter unten. So. Ist schon voll. Dann sammeln wir den wieder ein. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir wieder hochkommen. Ich hoffe, das geht jetzt so ohne weiteres. Nein, man kann dem Öl nicht entlang hochtauchen. Und das ist ja total dämlich jetzt. Wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Aber ich habe genug Blöcke mit. Wir bauen uns jetzt einfach hoch hier. Was soll's. Er hat auch den Vorteil, man wird vom Öl jetzt nicht weggespült. So wie beim Wasser. Also kann man hier bequem wieder hoch. Ach, guck mal, hier ist nochmal das Eisen. Kommt, das nehmen wir doch schnell mit. Und dann bauen wir uns wieder hoch. So. Hier waren wir. War jetzt noch ein kurzer Besuch. Ich wollte halt jetzt erstmal nur Lava haben. Dann machen wir uns schnell wieder nach Hause. Dann war das Geblubber halt Öl und nicht Lava. Ah, okay. Muss man ja auch erstmal wissen. Oh. Uah. Ich höre es, ich höre es. Ich höre die Mobs. Ich höre die Mobs. Ah, ein Creeper. Nein. Weg, 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 weg. So. Jetzt hat's gelackt. Ich hab schon gedacht, ich fliege jetzt trotzdem in die Luft. Weil immer wenn's lackt, fliege ich in die Luft. So. Schnell wieder weg. Ja, ja. Bleibt immer da. Aua. Aua, au, au, au. Das tut weh. Lasst mich in Ruhe. Aua. Aua. Oh, lass mich in Ruhe, habe ich gesagt. Mann. Aua. Ich arme, alter Mann. Das tut doch weh. Ja, du mich auch. Och Gott. Sagt mal. Gibt's von euch ein Nest? Ja, schießt euch mal ab da. Ah. Krummel. Ja, schnell was essen hier. So. Ja, nicht zu nah kommen lassen. Dann gehen wir nämlich schnell ins Bett. Dann fackeln die nämlich erstmal morgen. Ha, 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 ha. Puh. Immer diese nächtlichen Ausflüge. Ja, brennt, brennt. Komm, brennt. Aua. Du sollst brennen, nicht Pfeile schießen. So, auch du. So. Schon haben wir wieder ein bisschen aufgeräumt. Und Müll eingesammelt. Und ja, der steht natürlich schön unterm Baum. Die feige Socke. So, Creeper sehe ich jetzt auf der Map nicht zum Glück. Aber wir haben hier unsere Lava. So, wie machen wir das denn dann? Klatschen wir mal da hin. So, und dann nehmen wir jetzt da Lava raus. Packen es da rein. So. Haben wir vier Eimerchen da reingehauen. Mehr passt eh nicht rein in die Smeltery. Und dann können wir jetzt quasi hier anfangen zu schmelzen. Fangen wir mal mit den vier Eisen an. Smeltery hat den Vorteil, es wird dadurch verdoppelt. Also wir bekommen dann jetzt sechs Eisen-Ingets raus. Was uns im Moment noch nichts nutzt, weil wir noch keine Casts haben. Also ist das eigentlich Blödsinn, wenn wir das so machen. Weil wir müssen erst noch, ja, noch ein paar Bricks herstellen. Wir müssen unsere Casts machen. Wir müssen noch ein paar Tables herstellen, um das überhaupt machen zu können. Das heißt, ich werde hier nochmal ein bisschen mehr Platz machen, dass wir dafür dann auch Platz haben, um uns die Tables und den Rest hier hinzustellen. So. Zack. Dann machen wir mal die Chisel. Da oben haben wir sie versteckt. Dann schüsseln wir nochmal eben ein paar Cobblestone in Gieselbricks. So. So. Machen wir da die Wand schon mal quasi. Hier nochmal ein bisschen Platz machen. Ja, wie gesagt, der Rest der Keller wird dann halt auch noch ausgebaut. Dann bauen wir uns hier auch schon mal den Boden rein, dass es schick aussieht. So. Ja, die Wand würde ich sagen, die lassen wir dann so, dass wir da noch zwei Tanks vorstellen können. Dann passt das schon. Da, den Cobblestone. Das war in den ganz kleinen da. Die noch. In den ganz kleinen. Dann haben wir das schon mal. So. Gut. In der nächsten Folge bauen wir uns dann die Tables dazu, die wir brauchen. Und dann können wir dann auch schon mal gucken, was wir noch brauchen. Aluminium Brass. Aluminium hatten wir, glaube ich, schon. Kupfer haben wir auch. Also Aluminium Brass könnten wir uns herstellen. Und daraus dann die Casts. Und ja, das machen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss, euer Protos.